Und freut ihr euch schon auf die Wiesen? Sehr, sehr. Wie viele Tage dieses Jahr? 16. 28. 28. Und am Mittag auch noch gehen. Genau. Cheers! Auf Hugo und auf Waxel! Auf Hugo und auf Waxel! Auf Hugo und auf Waxel! Der hat natürlich den Riesenvorteil, wir haben hier beim Hugo, der hat eine extrem große Bühne. Er hat keine Ober, die irgendwie durchlaufen durch die Mondenschau. Es ist wirklich schwierig hier eine Mondschau zu machen, aber es ist fantastisches Glück. Und ich bin jedes Mal froh, wenn ich hier sein darf, beim Hugo, weil wie er vorhin schon gesagt hat, es ist einfach ein Gasthaus mit Herz. Und da kann man auch herzlich tanzen und herzlich feiern. Ich bedanke mich. Axel, jetzt habe ich noch Folgendes vor. Tanja, bring mir doch bitte schnell das Schwert. Und das war jetzt zwar eigentlich ein, ja, das ist von mir jetzt so eine kleine Geschichte. Jawohl! Das wird gleich aufhören, oder? Ich weiß jetzt nicht, muss man das nicht runter tun? Ich habe da etwas Besonderes bekommen, das ist eine 6 Liter, die gibt es ganz selten. Das ist ein Grand Blu 95er und die möchte ich heute mit Axel und mit seiner lieben Frau und mit euch, gebe ich gerne ein Gas aus, trinken. Und jetzt hat mir die Tanja das eingelegt. Ich muss sie mit einem Säbel köpfen. Und dann muss sie mir vielleicht ein bisschen halten, weil da schaffe ich das nicht. Ähm, ja, weiter mal. Passi, 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 passi. Passi, 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 passi Untertitelung des ZDF, 2020